hallo und herzlich willkommen zu 7 days to die in der alpha 18 4 folge 6 so heute habe ich mir gedacht gehen wir einfach mal eine runde in die stadt ja da es so aussieht als wenn die alpha 19 auch demnächst irgendwann im hause im hause steht werde ich auch hier noch mal neu anfangen müssen deshalb gestalten wir die tage bis dahin so aufregend wie möglich um uns auch mal ein paar häuser anzugucken und da freue ich mich schon drauf so mal gucken wo wir hier am besten rein gehen so 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 Da hinten steht auch einer. Da kommt. Okay. Gut. Die sollte soweit sauber sein. Oh, der E2. Ich mache mal den Ton ein kleines bisschen lauter. Ich glaube der ist zu leise. Könnte noch ein bisschen lauter glaube ich. Jetzt ist es glaube ich besser. So. Na da kommt doch was. Er müsste jetzt nicht von draußen hier rein kommen. Na. Oh, das ist mit ihm nicht in Ordnung. Suizidgefährdet. Na die Köcheln, komm. Oh, das ist mit ihm. Oh, das ist mit ihm. Oh, das ist mit ihm. So, mal schauen, was hier oben ist. Hm, okay. So, mal schauen. Na, da kommt doch wer. Na, aber die eine Tür will ich mir gerne angucken. Ah, da geht es raus noch. Okay, dann gehen wir ins nächste Haus. Alles nur so Ruinen. Na, da geht es raus. Na, da geht es raus. Na, da geht es raus. Und da gucken wir nochmal rein in den Turm. Na, da geht es raus. Ja, oh Durst habe ich. Eine Eisentür. Oh, war klar. Na, da habe ich den netz schon wieder aufgeweckt hier. Ach, immer das gleiche. Na, da geht es raus. 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 Okay. schade na na oh oh dich hab ich gar nicht gesehen wir hätten Freunde sein können Aber nein, du musst mich angreifen Na, hau ab Tja, selber schuld Hm, wo ist der nächste? Hm? Oh, das war zu machen Hm? Hm? Geh doch weg Shit Ja, ich hab die Mine gesehen und ich hab gedacht, ich könnte rüberspringen Soh Ja, ich hab die Oh, ja, hier. Ja, ich bin schon ziemlich gespannt auf die Alpha 19. Ich habe da so ein bisschen Überneuerung gehört. Ich habe mich aber auch neulich wirklich damit befasst. Ich bin doch hier gestorben, oder? Aber eins tiefer. Oh, mein Rucksack. Gut, versuchen wir nochmal, aber hier war... Na. Na, was ist denn der Schiss nicht mehr? Ach, muss repariert werden. Ja, 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 einmal mit der Ruhe. Da kommst du ja auch dran jetzt. So, da klopft doch noch einer. So. 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 Okay. Okay. So. Nicht, dass die mir weglaufen. Okay. Der will es wissen. Na komm, stirb schon. Also. Na. Was macht denn ihr da? Na komm, ich erlöse dich. Du musst dich nicht selbst umbringen. Ich tue es ja, ich tue es. Halt nur still. Dann geht es schneller. So. Die sind aber teilweise ganz schön buggy die Zombies hier, ne? Na. Na. Noch so einer. Na komm. Na. Na. Also. Wo ist er? Habe ich genau gehört. Habe ich genau gehört. Da muss ich drüber. Da muss ich durch. Okay. Na. Ich habe es geahnt. Ja. Ist klar. Komm lass ab von mir. Komm lass ab von mir. hier. Puh.... PuI. Puhi. Das war knapp. hmmmmmm. Richtig zu heilen haben wir nix. Na, da kommt der Angewackelte. Ich werde bekloppt. Oh Gott, immer so viele. Na. Wat ein Dritt. Na ja, regt euch ab. Himmel, sind die alle am Weg zu mir? Hm, okay, da müssen wir doch oben rum. Den ganzen Weg. So ein Mist. Genau, die hat man nur dazu gemacht. So ein Mist. Zuhu. Komme ich nie an meinen Rucksack ran, ich habe es geahnt. Ich will nicht da ins Wasser. Wie komme ich denn jetzt an meinen Rucksack? Okay, so komme ich an meinen Rucksack. Okay, dann sind die Zombies weg. Das ist ja auch doof. Okay. So, ich mache mal die Tür zu, wenn ich dachte. Meinst du, könnte es mir weglaufen hier? Upsa. Hey. Oh, da kommt noch einer. Man hat es nicht einfach in der Zombie-Apokalypse... Möhrst du auf mich zu schlagen? Ich glaube, ich bin eine Spinne. Hm. Noch, noch einer. Ne, das ist mir dann doch. Das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel des Guten. So. Oh, da hat gar kein Ende. Okay. Okay, die muss ich aber töten. Oh, hier ist so viel Loot. Die muss ich... Oh. Oh. Oh, oh, oh. Ähm. Okay. 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 Ich kenne mein Glück. Die fallen mir von oben um den Kopf. Ey, komm, lass mich raus. Ich kenne mir da nur noch ein bisschen Leben. Gibt's doch nicht. Ähm. Äh. Hallo? Hier war doch eine Luke. Okay. Okay, soviel dazu. Aha. Oh, nein, 19 Pfeile. Es sind eindeutig zu viele. Nee. An euch verschwende ich jetzt keine Pfeile. Die Lootkisten hole ich mir beim nächsten Mal. Neuen Leben. Ich muss erst mal wieder ans Leben kommen. Ausladen muss ich mich auch. Bis zum nächsten Mal. Home sweet home. So, eine Auslagen hier. So, eine Auslage. So, ein kleiner Stein. So, dann mal alles durchreparieren hier. Ja, dann machen wir uns mal auf die Suche in der nächsten Folge nach Federn und gehen uns mal die Lootkisten holen. Ach, wir haben ja noch Federn. Ach, sind ja noch genug Federn da. Okay, dann gehen wir in der nächsten Folge direkt die Lootkisten holen. Gut, ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend oder einen guten Morgen. Und bis zur nächsten Folge bleibt mir gewogen, euer Dexter.